Liebe Bürgerinnen und Bürger, in dieser Woche starten die politischen Beratungen zum Sofortprogramm Perspektive Innenstadt. In dem Zusammenhang war für diese Woche eine Bürgerinformationsveranstaltung in der Lindenhalle geplant. Sie sollte eigentlich den anschließenden Bürgerbeteiligungsprozess einleiten. Ich bedauere persönlich, dass uns das Infektionsgeschehen leider einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Die Veranstaltung ist allerdings nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Und die Verwaltung arbeitet derzeit sehr intensiv mit dem den Prozess begleitenden Büro an einem angepassten, voraussichtlich hybriden Beteiligungsformat. Selbstverständlich halte ich an einer nachhaltigen und langfristigen Beteiligung von Akteurinnen und Akteuren in städtischen Projekten und Entscheidungsprozessen fest. Selbst wenn uns die Umstände zurzeit sehr viel Improvisationstalent abverlangen, wird im Rahmen des Sofortprogramms Perspektive Innenstadt ein Beteiligungsprozess auf jeden Fall initiiert werden. Eine ausschließlich digitale Veranstaltung soll es allerdings nicht geben. Denn Teile unserer Bürgerinnen und Bürger werden hierdurch ausgeschlossen. Auch wenn eine Präsenzveranstaltung unter 2G plus denkbar wäre, passt sie momentan einfach nicht in die Zeit. Denn Kontaktvermeidung ist jetzt das Gebot der Stunde, damit wir alle Weihnachten im Kreise unserer Liebsten ein frohes Weihnachtsfest verbringen können. Wie auch immer, wir als Stadt Wolfenbüttel machen da keinen Unterschied zu den Beteiligungsformaten anderer Städte. Mit unserer eigenen Erfahrung und guten Referenzbeispielen in unserer Nachbarstadt Braunschweig wird es uns, und das hoffe ich sehr, auch in Wolfenbüttel gelingen, Sie als Akteurinnen und Akteure für unseren Prozess zu begeistern. In dem geplanten Akteursdialog steht die Organisation und Kommunikation für die künftigen Beteiligungsverfahren der Stadt Wolfenbüttel im Vordergrund. Es soll über einzelne Projekte der Stadtverwaltung und Maßnahmen aus der Perspektive der Innenstadt gesprochen werden und dabei geklärt werden, welche Informationen Ihnen, liebe Wolfenbüttlerinnen und Wolfenbüttler, wichtig sind. Wann Sie beteiligt werden möchten, ist die Frage. Welche Formen der Beteiligung wünschen Sie sich? Was Sie im Hinblick auf die Kommunikation von Stadt und Verwaltung erwarten? Welchen Beitrag Sie zu Vorhaben in der Stadt und der Verständigung über Maßnahmen leisten können? Hieraus verspreche ich mir Erkenntnisse für Ihre künftige Beteiligung in Maßnahmen der Stadt Wolfenbüttel. Es ist mir ganz besonders wichtig, mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern zu verschiedenen Themen und Ideen zusammenzukommen und gemeinsam mit Verwaltung und Politik einen partnerschaftlichen Dialog auf Augenhöhe zu führen. Das sorgt im Anschluss auf jeden Fall für gute und gefestigte Entscheidungen und erhöht die Akzeptanz umgesetzter Maßnahmen. Der jetzt auf den Weg gebrachte Ratsbeschluss zur Vorlage Perspektive Innenstadt ist Voraussetzung zur Förderung der Maßnahmen aus dem Sofortprogramm. Anschließend können die Förderanträge bei der N-Bank gestellt und daraufhin durch das Land genehmigt werden. Mit der Beteiligung geht es also nicht um die Neuauflage des Innenstadtentwicklungskonzeptes, sondern um die Umsetzung bestehender Maßnahmen und die Verbesserung der Kommunikation und Beteiligung in den Vorhaben. Leider ist ein früherer Auftakt nicht möglich gewesen. Allerdings stellt der verschobene Termin an dieser Stelle nicht den Beteiligungsprozess insgesamt in Frage. Ich freue mich auf die jetzt anstehende Beratung der Vorlage im Bauausschuss und den darauffolgenden Gremien. Auch Sie sind herzlich zu den Sitzungen eingeladen. Bald startet der Akteursdialog, haben Sie ein wenig Geduld. Machen Sie mit und melden Sie sich an. Alle Informationen finden Sie auf der Internetseite der Stadt und hier unter diesem Video. Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit, besinnliche Tage und bleiben Sie gesund. Ihr Ivica Lukanić